Neue Woche, neues Glück, oh ne, wir haben kurz vor halb sieben und gehen noch schnell ein wenig raus trainieren, aber diesen kleinen Pumper lassen wir zu Hause und gehen stattdessen ganz entspannt kurz laufen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und auch dieser Montag ist irgendwann vorbei.